Good morning in the 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 morning Wir sind heute bei einem neuen Let's Play und zwar geht es heute nur rein um das Event Wir gehen auch direkt rein, wir werden heute die 88 Punkte, hoffe ich, ne nicht Punkte, Moment, 55 Punkte verspielen Ich hoffe das wird gut klappen, weil mein Finger, ja, ich habe mir gerade die Hände gewaschen Und der schmiert gerade nicht so gut über das Telefon, wenn ihr wisst, was ich meine Ich habe es übrigens noch so gut wie gar nicht, oh, so gut wie noch gar nicht gespielt Ähm, oh, ja ey, wie soll man, ey Ich habe es so gut wie noch gar nicht gespielt, das sieht man auch an meinen Punkten Ich habe mir da extra Zeit gelassen, wir spielen es jetzt Und ich finde es ganz cool, es macht auch Spaß, aber, aber, ich glaube ich bin nicht so gut da drin Es gibt ja so Spiele, die sind nur so Wow Also es gibt Spiele, die sind nur so Und es gibt auch Leute, die sind richtig gut Oh, Mist, es gibt Leute, die sind recht gut da drin Aber ich irgendwie nicht Hm Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das Event gut findet oder schlecht findet Also ich finde es, ich finde es eigentlich richtig cool Äh, es kommen einfach keine Roten mehr, ich glaube, die haben Mitleid mit mir Die haben mir gemerkt, okay, komm, der Junge, der schafft das nicht Wow Woah Geschafft Na gut, aber nur weil nichts Rotes da war Boah, die haben einfach Mitleid mit mir gehabt Ähm Kriegt man hier eigentlich nirgendwo so Extrasachen? So Ne, ich glaube nicht Ich hoffe, wir können heute einmal am Automaten drehen Also letztens hat einer unter meinen Kommentaren geschrieben Dass er schon 2D oder 3D-Kos sogar schon bekommen hat Nur wäre natürlich schön, wenn wir auch eine Deko kriegen Also er hat gesagt, das Spiel gönnt richtig Ähm Kann ich nur bestätigen, also Boah Township tut eh gönnen ohne Ende So Ei, ei, ei Ähm Ah, wir brauchen 600 Punkte Genau, wir brauchen 600 Punkte Damit ich auch mein Meine Derby-Aufgabe schaffe Boah, das ist so Also ich find's echt schwer Ich bin Ich bin da Hallo Ich bin da echt schwerfällig So Die Musik Nein, ey, guck mal Das hätte auch in einem durchgehen können Nein, oh Guck mal, und jetzt, ne? Wir machen mal fortfahren Boah, jetzt War nur nur ein Ding und ich hätte es fast versemmelt So Ich musste fortfahren, weil ich brauch die Punkte Ah, jetzt gucken wir mal Zack, zack Zack, 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 zack Crazy Duck Ja, jetzt ist wieder nichts Rotes dabei Die wissen einfach Ach, der Junge Oh Ach, mal zwei Man kriegt mal zwei Punkte, wenn man auf dieses Grüne kommt Wow 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 142 Punkte Das war mal Äh Ja Geil Oh, bitte, bitte Ich will Ich will ne Deko Deko, 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 Deko Farbeimer Ja Was soll ich sagen Finde ich nicht so cool Boah, und jetzt beim nächsten Mal bei 850 erst Ja, das schaffe ich nicht Ja, äh Farbeimer fand ich jetzt Wirklich nicht so cool Hätte ich lieber was anderes gehabt Boah Ich find's so schwer Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich glaub, ich werd besser 120 Punkte Hey, das war gar nicht mal schlecht Und ich hab meine Derby-Aufgabe fertig Ähm Komm, ich geb die mal eben ab Vielleicht gibt's ja so ne Aufgabe nochmal Mal eben gucken Hm Zack, zack Schön Schön So, was haben wir denn hier für Aufgaben? Nee Leider Leider Nicht Naja, da kann man nix machen Oh Krass Das war ne Tagesaufgabe Und fünfmal Hubschrauber Gut, aber hat nicht gereicht für Die nächste Belohnung Wobei das und das Krieg ich ohne Probleme hin Und ich sag mal Äh, wenn noch Zeit ist Nach Nach dem eigentlichen Also wir machen ja hier heute Event-Video Oh Oh mein Gott Wenn danach Zeit ist Dann Oh, oh Alter Dann Kann man das machen Boah Jawohl Geschafft Wieder geschafft Krass Aber 102 Punkte nur Aber wenn das so weiter geht Wenn das so weiter geht Äh, 15 Punkte haben wir noch Das heißt, wir können noch dreimal Gut Äh, nochmal drehen werden wir jetzt Nicht schaffen Boah Ich bin so ein bisschen Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so ein bisschen Wow Ist der nicht auf den Roten gekommen Eigentlich? Boah Hilfe Boah Nein Ne, ich mach weiter Ja, ich brauch die Also Boah 150 Punkte Das war das höchste, was ich bisher hatte Das ist auch krass Und dann im letzten Versagt Beim letzten versagt Das ist natürlich Nein Ne, hier mach ich nicht weiter Aufgeben Fünf Punkte Letzte Mal, glaub ich, ne? Oder? Oh Nein Nein Ja, drei Punkte So Mehr hab ich nicht Das war's Wir sind bei sieben Minuten Das heißt, komm Wir machen jetzt noch Ähm Hier Ja, okay Fünfmal werde ich nicht schaffen Weil ich leider Leider nicht genug Zeug habe Wahrscheinlich Dann können wir aber hier Im Zoo Vielleicht noch Äh, Leute bedienen Nö Können wir nicht Aber wir können schon mal Danke sagen Können wir auch Danke sagen Das einmal Wenn wir Danke sagen Das zweimal Ja, das hab ich Schenken Möhren Ich hab einfach keine zwei Möhren Das ist echt Das ist echt Armselig Ente Ähm Schenken Neunmal Brot Wer soll denn neunmal Brot haben? Ganz ehrlich Ja Einmal fehlt noch Ähm Pflaumen Ich hab meine Boote natürlich nicht weggeschickt Danke Elke Danke Likes Und danke Eva Ähm Kann ich schon wieder schenken? Nö Kann ich noch nicht Äh Lasst mich mal überlegen Jetzt erstmal Den noch wegschicken Und ich kaufe jetzt einfach mal hier so ein bisschen Wo ich denke Ähm Dass ich das brauche Vielleicht sind hier auch Möhren Ich hab Möhren auf dem Feld So, ich will aber nicht zu viel kaufen Sondern ich will Hier noch ein bisschen kaufen Ähm Damit wir Ein Tisch habe ich doch auf jeden Fall Pflaumen brauchte ich aber Komm Dann kann ich nämlich Äh Sicherlich Äh Was brauche ich davon? Ich weiß es nicht Ich kaufe ja einfach wirklich auf Verdacht Es wäre richtig cool Wenn man sehen könnte Was man Wie oft hat Ne Guck mal Scheune voll Ähm Aber hier oben Die kann ich jetzt bedienen Und hier Kann ich jetzt Zack So Und hier Zack Ne Und jetzt können wir zurück Und Zack Belohnung immer noch nicht Ich brauche jetzt noch zwei Hubschrauber Um die Belohnung abzuholen Ähm Hier ist auf jeden Fall noch einer Und noch einer Perfekt Was fehlt denn bei denen? Ein Keks Fehlt da Okay Da fehlt Fehlt das Kann man auch auf jeden Fall hier holen Mist Was war das jetzt nochmal? Gummi Oder Das hier Ne Ja Dann Können wir wieder Spitzhacken holen gehen Das mache ich jetzt wirklich So lange Bis ich kein Geld mehr habe So 27 Wieder Zack Zack Ne Das ist wirklich Sehr sehr cool Hier laden wir Hier laden wir Hier laden wir Hier Und hier Und Wolle Haben wir auch So Also Die Züge Die müssen eigentlich immer weggeschickt werden Weil Da kriegt man die Materialien Also Zug wegschicken Wichtigste Wichtigste Immer noch nicht Das reicht immer noch nicht Viel Belohnung Mann Wahrscheinlich so richtig knapp Ja So richtig knapp Davor Gut Die Belohnung wäre jetzt eh nicht so toll Ne Zweimal laden Das brauche ich eh nicht Drei Diamanten Erst Es wird erst wieder interessant Bei Bei der Kuh hier Da wird es dann wieder interessant Und dann wird es hier interessant Und dann wieder hier Und Dann Ja Wieder hier Und hier Dann wieder hier 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 Boah Später wird es fast Bei jedem Mal Da Oh Ne Hier erst mal wieder nicht Und dann wird es wieder da Hexenotter Direkt danach Der Vampir Erpel Also ich brauche eigentlich Ja eigentlich ist es mir egal Hauptsache ich bekomme bis zum Vampir Erpel Also hier die Town Die Town Cache brauche ich jetzt nicht unbedingt Sage ich mal Ne Mir würde es reichen Wirklich bis hier Bis zum Vampir Erpel zu kommen Ähm Dann bin ich zufrieden Ja Dann bin ich zufrieden Das reicht mir So Jetzt gucken wir hier noch rein Okay Die Sachen habe ich nicht Krass Da habe ich ja einfach mal gar nichts Schicke ich meine Boote noch schnell weg Und zwar Äh Schicke ich die Fisch holen Oh Der fehlte Sehr gut Sehr sehr gut So Mal eben Fisch Holen Schicken So So Das war's Ähm Dann wieder zurück Und Wir gucken mal eben Ähm Ich habe übrigens überlegt Was mache ich eigentlich Wenn ich jetzt irgendwo Ähm Mal ein anderes Let's Play zeigen will Ein anderes Spiel spielen will Jetzt habe ich gar keinen Kanal mehr Wo ich Ja Doch ich glaube ich habe noch einen Ach ich weiß es nicht Äh Na ja auf dem einen kommt jetzt nur noch Zoo Und auf dem hier kommt nur noch Township Ja aber ich werde bestimmt irgendwann auch mal wieder was anderes spielen wollen Schwierig Schwierig Ente Schwierig So Ich glaube wir müssen noch Kühnerfutter machen Und dann bin ich für heute raus Denn eigentlich sollte das ja nur Äh Für Dings sein Nur fürs Event Ne Also das war jetzt quasi Ein kleines Bonus Kekschen Dass ich jetzt hier noch äh Ein bisschen mehr gemacht habe Ähm Ich muss das hier noch zum Leveln abholen Moment Zugleveln Zugleveln So Ähm Genau Ich bin damit raus Ähm Wir werden uns dann wieder morgen sehen Ciao Ciao